Gegen Barcode. Schon wieder. Sind das die überhaupt? Also die, die, die echten, die, die wirklich, wirklichen, keine Ahnung. Wir schauen rein in die erste fantastische Weltgildenkampfrunde. Ja, spaßig, ne? Gab's schon lange nicht mehr. Guck mal da. Ich bin so schneller, krass. Okay, ähm, erstmal den da. Ui, guck mal, LDs sind auch nicht. Und das, was LDs sind, wollte ich sagen. Janna, ey. Oh, he's dead. Okay, ist das ein guter Move? Ich hab keine Ahnung. Wird die einen knocken, wenn ich... Bestimmt wird es einen knocken, wenn ich sie nicht detoniere. Deswegen mach ich's einfach. Guck, die lebt noch. Aber das ist fein, weil Rogue macht keine Sachen. Ähm, okay, wir pushen sie mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen. Jetzt bin ich tot. Passt auf, jetzt. Stun, obwohl keine da sind. Dann wär's auf Qual. Müsst ihr euch auch mal geben. Oha. Das wär was, oder? Guck mal, easy. Hä? Ja gut, LDs sind halt nicht immer LDs, ne? Guckst du da? Ja? Genauso wie hier. Warum ist die am schnellsten? Was ist denn da kaputt? Da hat er keine Runen, oder? Lass mich raten. Doch, der hat Runen. Hä? Oh, shit. Okay, der Schaden war nicht schlecht. Aber Fermion ist auch richtig cool. Ich mag den. Bekomm ich nur nicht. Okay. Hä? Hat die Neftes Runen? Ja, muss ja. Hä? Aber das ist ja mega squishy. Aber okay. Akzeptieren wir. Akzeptieren wir. Kriegen wir es dann? Ne. Kriegen wir den? Der ist halt so mega bulky durch die Kack passive, Alter. Der hat die Kack Schild da. Alter, Weißnerbock. Find ich gut. Okay. Wir sehen gleich auch andere Offensiven, Leute. Gab's ja schon lange nicht mehr. Wir haben ein bisschen was geändert, ey. Oh, der war ein Spaß, ey. Ich hoffe nur, dass ich schneller bin. Ich hab keine Ahnung. Okay. Kannst du mal deaden da jetzt? Ah, perfekt. Schild weg. Man, Double Kill. Ha! Tatsächlich. Ne, das ist es noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob das groß machbar ist. Warte mal, wie war das? Ach, jetzt kriegt er den Thread. Genau. Immer wenn ich den angreife, war das so? Ich hab keine Ahnung, wie das war bei dem. Ich will eh erst auf den da gehen. Eigentlich. Ja, ne, der Freeze. Weil ich glaube, nur wenn ich den angreife, hat er den... Alter, hat der Run. Ich glaube, der Snipper hatte gar keine Run, ey. Also, ich glaube, das ist wirklich so. Nur wenn ich ihn angreife, ne? Ich glaube, so war das irgendwie. Irgendein Balance Patch, keine Ahnung, war mal irgendwie ganz nett. Und jetzt irgendwie ist er wieder kacke. Wenn man es nicht weiß, ist es halt kacke. Äh, gut. Aber wenn man es weiß, ist es halt auch kacke. Also, ne, wenn ich den jetzt stehen lasse, der macht nix. Ja, da macht er halt nix. Ne, deswegen ist Jäger halt kacke. Irgendwie. Schade eigentlich. Jäger ist eigentlich ziemlich cool. Ouch. Wehtut er trotzdem irgendwie. Ist die auf Revenge, oder? Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Okay. Können wir das töten? Ne, immer noch nicht. Wer ist dran? Nice. Freezen können wir den ja nicht. Genau. Hä? Und wann genau ist jetzt der Thread da? Ich weiß nicht, was... Also, ich muss auch sagen, Mana macht auch nix, ne? Die schläft auch da nur die ganze Zeit rum. Aber, okay. Ah, jetzt ist er Thread da. Aber warum? Ach, frag mich doch nicht. Hauptsache, er ist dead. So. Oh, ich bin schneller. Let's go. Ich hoffe nur, ich werde nicht gecuttet. Ich werde cuttet. Scheiße. Äh, ist fine. Können wir die killen? Nice. Oh, shit. Das war nicht so schlau. Falsch rum. Oh, oh. Wenn ich verliere, eigene Dummheit ist... Ist... Darf ich. Ich darf verlieren. Hab ich gehört. Okay. Okay. Danke für den Crit. Oh, jetzt gehen sie auf die. Okay. Aber wir haben mit Adriana Oblivion. Das war dumm. Ich hätte... Ich hab falsch gesniped. Ich hab vergessen, dass das Water ist. Okay, aber den können wir jetzt snipen. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch die Critten. Ha, guck mal. Guck mal, selbst wenn man ein Dummes gewinnt, Mann. Okay. Oh, shit. Oblivion. Aber das ist okay. Das kenn ich eigentlich nur mit Sylvia. Ne, nicht mit Syl... Doch, mit Sylvia kenn ich das. Und die hat gedirbt. Aber das ist nichts Neues. Deswegen ist die Dev halt auch so komisch. Kacki. Kriegen wir mal einen Pushback auf den? Ja, so einen kleinen, oder? Was war das? Ah, ich hab Oblivion immer noch drauf. Oh, shit. Aber das ist okay. Warte mal. Ist okay. Wir müssen ihn nur einmal außen legen. Guck. Guck. Ich weiß nicht. Oh, warte mal. Der hat auch Oblivion. Warte mal. Ja, stimmt. Da war ja was. Oh, shit. Ja, Gott sei Dank hab ich's jetzt erst gerade... Proc. Ah. Attack Break. Nice. Okay. Wir wissen ja, wir brauchen nicht mal einen Death Break auf den, um den zu klatschen. Pass auf. Katsching. Wobei, da war jetzt einer drauf, aber... Psst. Oh, shit. Warte mal. Die hatte Karma drauf. Sollte vielleicht mal gucken, was passiert hier. Aber ist nicht schlimm. Ist doch gar nicht schlimm. Guck. Pass auf. Death Break. Kakano. Hier. Ja, danke. Pah. Danke für den Crit. Der. Lutscher. Okay. Können wir den... Könnten wir... Könnten wir die jetzt mal töten? Danach kann ich Auto anmachen. Nee, immer noch nicht. Komm schon. Jetzt überhaupt dich mal nicht so jetzt hier da. Okay. Karma. Ja, Brocken kannst du auch. Ich hab verstanden. Hab's verstanden. Aber die KI von der ist, glaub ich, gar nicht mal so bad, hm? Von der Tomoe in der Defense. Schon häufiger aufgefallen. Ja, ich kann nicht in die Form gehen. Jetzt bringt mir die Form auch nichts mehr. Jetzt hab ich keinen Death Break, ey. Na doch. Ich glaub, der Schaden ist noch irgendwie erhöht oder so. Keine Ahnung. Ich mach nur Sachen. Okay. Können wir mal den Wille weg? Nee, war falsche. War das Speedboop, ey. Jetzt Wille weg? Ja, perfekt. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Aber nochmal das weg. Perfekt. Die ist ja eh schon wieder ready. Der ist nicht auf irgendwas. Warte mal, Brocken. Oh, Mann. Kano. Kritt. Brauchen wir nicht mal. Auch gut. Ah, das war es schon. Ja, guck mal da. Let's go. Let's go. Let's go. Runde Nummer 2 steht dann. Look at this, Alter. Mit dem selben Team wie eben. Gegen fast dasselbe Team wie eben. Nein, nicht mal ansatzweise. Aber es sollte in der Regel genauso funktionieren. Glaube ich. Ja, optimal. Den müssen wir mal. Die müssen wir safen. Die ist wichtig, ja. Die ist komplett wichtig hier. Wobei, das Team kann man auch gut mit Triana spielen. Wie wärs, wenn... Oh, shit. Nicht gesehen, dass der das schildert. Wie wärs, wenn ich auch mal drankommen darf? Nein. Nein. Okay. Das ist fine. Ja, ist okay. Hey, yo. Bom. Okay. Aha. Darf ich dann auch mal jetzt, ja? Jetzt darf ich auch mal. Aha. Guck mal. Oh, ich bin sogar mit dem Proc, aber ich bin da drauf. Oh, shit. Der ist ja Tanky. Oh, ich... What? Und er macht Schaden. Scheiße. Okay, I'm dead. Oh, noch nicht? Äh, warum ist der Tanky und macht Schaden? Was ist da los? Alter, der ist echt Tanky. Oh, was? Und er macht... Was? Okay, das hab ich... Das sehe ich selten. Und warum ist der schon wieder am Stun? Kann mich das auch mal einer sagen? Was soll das denn? Hör auf jetzt den zu Stunnen da. Der hat schon immer noch dieses Kackshit. Ich mein, Karkano ist ja der Vorteil, er geht ja durch Schild, ne? Pass auf, er hat Proc. Ja, netter Proc wieder. Ja, nette Qualstans hier auf jeden Fall. So, jetzt ist er aber dead. Okay. Also Leben 1 ist dead. Ne? Procken gibt es nicht. Äh, ich mach mal hier einen Slow weg, weil der Heal ist sehr wichtig. Ja? Der muss konstant da sein. So, und wir sind dead. Vor allem wenn... Ui, äh, okay, noch nicht... Nein, 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 der Deathbrack muss weg da, der Deathbrack muss weg da, der, 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 der muss weg. Danke, gut. Ähm, ich geb trotzdem hier drauf, der muss weg da. Alter, der ist echt... Gut. Ich mach aber nur 8K. Hab ich einen falschen? Ich hab... Ich hab 3K-Kanus, aber ich glaub nicht, dass das der falsche ist. Proc. Mann. Ich glaub, wir sind sowas von dead. Ist die Passive nicht schon wieder ready von dem? Ah! Okay, ist dann gut... Ja, ich muss weg da. Wenn der dead ist, dann haben wir gewonnen. Oh mein Gott! Äh... Er muss überleben. Okay. Der Schild ist doch schon wieder ready. Ja, aber ist fine, weil ich... Okay, danke. Oh, was ist da? Ja, Mann. Jetzt sind wir dead. Ja. Warum ist der jetzt auf Kano gegangen? Okay, dass der Tank ist und Schaden macht, das war zu viel. Das hab ich noch nicht erlebt. Zu stark. Oh, den zu... Zu broken. Okay. Komm mal dran da. Komm ich am Morda, dass ich Sachen machen kann. Ja, dass du broken so... Das war jetzt nicht mit... Ey! Das war jetzt nicht geplant. Machen wir Death Break. Okay, trotz Glancing überall gelandet. Find ich gut. Autsch! Was zur Hölle? War das für ein Schaden da gerade? Vom Moor? Ich mein, ja, ich hatte ein... Äh... Äh... Ein Death Break drauf. Aber was war das nochmal genau? Ja, ich will die Kiki zuerst haben, weil die Kiki... Trotzdem... Au! Sehr nervt. Was ist das? Er kriegt Schaden oder was? Holy shit, ey. Hör doch mal auf jetzt, ey. Was für ein... Was... Was ist das? Ich will jetzt nochmal Pörner latschen. Klatschen. Latschen. Stun? Nö. Provo? Nö. Äh... Attack, Debuff. Oh, Stun. Auch gut. Sehr schön. Ja, ja, ja. Alter, der macht 3K pro hin. Okay. Okay, ungefähr so viel wie meine Juno, aber trotzdem. Er hat auch Element Vorteil. Ich nicht. Ja. 6K... Was? Was hat der Crit Schaden 1? In den Artefakten oder was? Alter, der... Ich denke, der ist echt auf Crit Schaden, weil der Schaden ist echt nicht übel. Und der kritet... Äh... Also, kontinuierlich. Oder er ist zumindest auf Crit Rate. Das kann ich... Das auf jeden Fall. Weil der... Der Schaden ist ja nicht übel. Guck mal, der kritet die ganze Zeit. Okay, krass. Okay, das ist mir... Oh, ich bin schneller, aber ob das Clievable ist? Ich hab keine Ahnung. Let's do this. Ja. Ist es. Okay. Ja, das ist wieder so typisch Vigor. Er ist in den dritten, in den... In den Heal rein. Das macht jeder Vigor in der Defense. Außer die eigene. Die natürlich nicht. Die natürlich nicht. Wissen wir doch. Okay. Ist echt Clievable. Hätte ich nicht gedacht. Ach so. Ob das hier funktioniert, weiß ich nicht. Ich hab jetzt mal S... Äh... Wie heißt die? Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Die rausgeholt. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Okay, ich hab ein Death Break bekommen. Das finde ich nett. Okay. Machen wir Oblivion. Einfach so. Katsching. Ich... Also... Ich wollte ihn nicht töten. Okay. Also das war nicht mein Plan. Und warum ist der Ezio... Oh shit. Warum ist der Ezio so slow, frage ich mich gerade. Aber wenn ich weiß, dass er so squishy ist, dann reicht das doch. Oder auch nicht. Okay. Ähm... Das ging sowas von komplett... Nicht so wie gewollt. Gar nicht so wie gewollt. Freeze. Okay. Äh... Dann können wir hier ein bisschen drauf. Abhängigkeit erhöht. Krass. Machen wir Oblivion hier drauf, dass er mir kein Oblivion geben kann. Aha. Smart, ne? Pow. So. Und jetzt klatschen wir den in... Kami, alter. Mein Junge, wenn ich da für dich... Ah. Okay. Finde ich gut. Freeze. Pow. Sehr schön. Und wir Tech Buff hoch. So. Und jetzt nutzt ihn von seinem Leben weg. Dankeschön. Okay. Was war das? Ach ja. Oh, Zen ist echt slow. Aber dachte ich mir schon so ein bisschen, dass der slower ist. Auch wenn ich die Wille nicht gespript bekommen habe. Das finde ich jetzt nicht ganz so smart, muss ich an der Stelle sagen. Aber wir haben die Amber gespript. Dafür habe ich einen Death Black drauf. Cool. Ah ja, der ist mal geprobot. Ich wollte gerade sagen, warum geht der auf die? Aber ja, der ist geprobot. Ach, jetzt war ich auch die... Ach, jetzt verstehe ich die Amber. Ah. Ah. Ich glaube, wir sind dead. Oh. Wir sind so dead. Holy shit. Ich kann nicht versuchen, nochmal zu saven. Irgendwie. Wie ein Stun. Ja. Yo. Yo. Ja, genau das. Weil Zen soll nur die Debuffs machen. Für die Amber. Und der Oga ist Deko. Okay, krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Also das Erste hat mich echt verblüfft hier, dass der so mega tanky ist. Wird gerne nochmal mit einem anderen Team was versuchen. Aber geht ja leider nicht. Äh, das war's, ne? Oder? War's das? Oder haben wir irgendwas Kleins zum Öffnen? Ja, nur die Stones, aber da warte ich mal noch bis zu diesem, äh, Event da. Wird wahrscheinlich schon draußen sein. Aber egal. Gut. Dann bin ich durch. Bedankt für's Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen in dem Tag. Haut rein. Tschö. Ja, ich bin über die Fade away. Denn every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. 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 Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.